Vor 16 Jahren habe ich mich entschieden, bei der Freiwilligen Feuerwehr Traum mitzuarbeiten. Viel haben meine Freunde darüber gesprochen, manchmal auch darüber gescherzt. Doch wer ist es wirklich, der genau dann kommt, wenn deine Wohnung brennt? Wenn du in einem überschlagenen Pkw auf Filme wartest oder dein Keller überflutet ist? Lang habe ich damals schon überlegt, doch nun bin ich überzeugt, dass es jede Sekunde davon wert war. Jetzt bin ich Feuerwehrmann. Im Traum, in meiner Stadt, im Einsatz für meine Mitmenschen. Damit wir auch morgen noch zum Einsatz ausrücken können, suchen wir schon heute genau dich. Ganz egal, ob Frau oder Mann, ob 21 oder 43 Jahre alt, ob mit Ausbildung zum Automechaniker oder zu Angestellten. Es gibt viele Tätigkeitsfelder bei uns. Gib dir einen Ruck und komm zu deiner Feuerwehr. Alle Informationen über eine Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Traum findest du unter www.feuerwehr-traum.at 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 Vielen Dank.